leute ich zeige euch heute wie ihr unter mac os catalina einen iphone klingelton erstellen könnt dafür haben wir hier drüben einmal unseren testton und einmal unsere musik app das ja itunes nicht mehr gibt wir gehen auf musik nehmen das lied schieben es hier rein jetzt haben wir hier einmal den testton klicken einmal drauf und wir können dann hier oben auf ablage konvertieren aac version erstellen dann spielt das automatisch ab dann gehen wir zurück jetzt haben wir nämlich zwei test töne das hat er nämlich abgespielt das heißt jetzt nehmen wir den ziehen den einmal rüber und wir haben eine m4 datei so der die grad hochgeladen das heißt jetzt gehen wir nur noch da hinten rein genau kurz auf umbenennen und ändern hinten die m4 an die m4 um das ist aber identisch wie zuvor nur dass ihr halt jetzt nicht mehr die itunes anwendung habt sondern die musikanwendung enter m4 verwenden so m4 datei haben wir und jetzt müssen wir nur noch das auf das iphone bringen in dem fall steckt ihr dann ganz normal von an müsst hat sicher gehen dass es schon akzeptiert wurde das heißt man klickt einfach wenn man steckt kabel rein drückt einmal am iphone auf vertrauen dann wir können dann gleich die m4 datei drauf schieben in dem weg gehen wir dann auf den finder scrollen auf unser iphone klicken einmal vertrauen weil in meinem fall war das iphone noch nicht angeschlossen dann gehen wir nämlich hier drauf und wir schieben einmal die m4 datei rüber und sie ist schon drüben das heißt jetzt gehe zeige ich euch den rest am iphone bis gleich nun wir gehen einmal auf das einstellungssymbol gehen auf töne und haptik und auf klingelton und nun seht ihr die drei töne und einer davon ist der test ton den könnt ihr auswählen und als klingelton anlegen und fertig wichtig zu beachten ist maximal 30 sekunden da sonst probleme mit dem importieren auf dem iphone auftreten können so das wäre schon gewesen bei fragen und die kommentare für einen daumen hoch würde ich auch freuen dankeschön danke jen Bis zum nächsten Mal.